Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Medieval Dynasty Oxbow. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal hatten wir ein paar Leute noch ins Dorf geholt. Da hat uns noch ein Häuschen gefehlt, das gilt es jetzt möglichst schnell aufzubauen. Und ich glaube mit meinem Feld war ich fertig mit dem großen, so dass ich jetzt eigentlich hauptsächlich erstmal das Häuschen für meinen einen Dorfbewohner fertig machen muss, weil man sieht schon oben links, der hat weder Haus noch Essen noch irgendwas. Damit geht es gleich weiter. Okay, dann nehmen wir uns hier den Bauhammer mal in die Hand. Habe ich da noch einen an der Hand? Wo ist der? Wo ist der? Habe ich, habe ich, habe ich, habe ich ja auch der vier. Was brauche ich? Ich brauche Holz, da habe ich keines und dann natürlich jede Menge Steine. Wie sieht es in meinem Inventar aus? Habe ich Platz? Ich habe schon so ein bisschen Platz, aber nicht unendlich viel. Ah ja, den kleinen Holzbär habe ich noch, den kann ich nur abgeben. Stein habe ich ein paar, aber hauptsächlich bräuchte ich hier noch mehr Holz. Holz und Steine. Das heißt, ich gucke mal, was wir hier finden. Bisschen breitwegereich kann man immer gebrauchen, den nehme ich mit, aber hauptsächlich geht es mir um Steine und um Holz. Das heißt, wir nehmen hier mit, was wir an Steinen erstmal kriegen, dass wir möglichst schnell das Häuschen von dem Dude fertig kriegen und der nicht unser Dörfchen wieder verlassen wird, weil er kein Zuhause hat. Das wäre tatsächlich sehr tragisch und schade, das muss nicht sein. So, hier ein paar Bäumchen, die packen wir dann doch mit um. Und lassen uns im besten Fall davon nicht erschlagen, das wäre immer sehr tragisch. Das hatte ich schon. Ah, auf den Stein kann ich verzichten, ne, hat noch geklappt. Weil so ein Teil, wenn die einfach auf die Bühne fällt, dann bist du kaputt. Das wissen wir mittlerweile, das haben wir ein-, zweimal getestet. Das geht eher für einen selten gut aus, von daher gesehen. Da lassen wir mal die Finger davon. Steine sammeln wir mit ein. Aber ich glaube auch mit den drei Bäumen, die ich jetzt hier habe, da kriege ich zwölf Stämme raus, wenn es schöner Ahorn ist. Das wird noch nicht ganz reichen. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen mehr zulegen und ein paar Meter weiterlaufen. Aber, mein Gott, alles zu seiner Zeit. In dieser Jahreszeit kriege ich es auf jeden Fall fertig. Und so lange wird er, denke ich, schon noch aushalten und nicht gleich sofort Reiß ausnehmen. So, Steine, Steine, Steine. Den Baum nehmen wir auch noch mit und dann verbasteln wir erst mal das, was wir hier haben. Das Grundgerüst reicht auf jeden Fall. Aber ich glaube noch nicht, dass es genug Blätter werden. Ah, da haben wir schon wieder Le Malheur. Gut, die Axt ist pflück. Ich gucke vorher noch mal, ob ich zufällig in meinem ganzen Ressourcenlager oder in meiner persönlichen Truhe noch eine Axt rumfliegen habe, an die ich mich gerade nicht erinnern kann. Deswegen bauen wir erst mal mit den Sachen, die wir haben hier weiter und schauen, wie weit ich damit komme. Naja, gut, aber mit acht Holzstämmen wird nicht ganz ausreichen. Aber gut. So, bearbeiten. Wir brauchen eine Wand aus Stein. Eine Wand aus Stein. Hier wieder schön einfach mit bearbeiten. Eine Tür mit Stein. Nein, halt, wir brauchen hier eine Wand mit Tür. Steintür. So rum. Einmal Fenster aus Stein. Wand aus Stein. Hier packen wir noch ein Fenster mit rein. Ich finde es immer ganz schön, wenn man noch mal ein bisschen rausgucken kann. Und hier machen wir auch einmal Stein. Und oben den Giebel nicht vergessen. Hier auch einmal Stein. Zweimal Stein. Und aus dem Rieddach machen wir ein Dach mit Holzschindeln. Und das Ganze viermal. Ist zwar in Summe das, was die meisten Ressourcen braucht, aber ihr kennt meine Einstellung dazu. Einmal vernünftig gebaut, dann hat man Zeit seines Spielerlebens darüber und muss nur noch ein bisschen reparieren, anstatt immer noch mal von vorne heranzugehen. Das finde ich schon gut. Und deswegen da am Anfang kann ich mich wiederholen und werde es auch immer wieder tun. Lieber den Effort machen und alles Mögliche auf der maximalen Stufe gleich bauen. Es sei denn natürlich, man hat vor einfach, ja, keine Ahnung, ein Riesendorf zu bauen oder so. Und es müssen ganz schnell ganz viele Häuser fertig werden. Dann kann man sicherlich auch mit so einem Riedblechlein oder Blechthäuslein erstmal beginnen. Aber ja, so auf lange Zeit ist es einfach schlechter, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach schon. So, hier hatte ich ihn nicht fertig gebaut, weil ich glaube, erst mal das hier alles fertig machen wollte. Ich nehme die Steinspitzhacken mal mit, weil ich die Idee habe. Nein, ich habe aber keine bessere Geschichte. Das heißt, ich müsste mir eine Steinachse machen und da brauche ich wieder neue Steine dazu. Weil ich die Idee hatte, mal zu gucken, ob ich hier vorne wieder aus den Steinen, weiß nicht, wie man es nennen will, Stein, boah, ja, hier, aus den Steinen vorreiten, Stein vorkommen, Felsen, Felsen glaube ich trifft es am besten, ob ich die wieder bearbeiten kann, neue Jahreszeit, ja, die müssten respawned sein. Das ist so, wenn die Jahreszeit wechselt, müsste das wieder frisch sein und dann kann man da sich wieder was rausholen. Sechs Steine ist jetzt mal wieder nicht so extrem viel, aber haben und nicht haben besser als das, was ich gerade an der Hand habe. Und dann verschleißen diese Steinspitzhacken mal so ein bisschen. Ob brauche ich die ja eigentlich nicht, wenn ich nicht gerade Erze am Sammeln bin. Von daher gesehen, nehmen wir das mal mit. So, liegen hier noch Steine rum, ja, so ein paar sind hier schon. So. Und dann baue ich mir eine Steinaxt und mit der Steinaxt kann ich neues Holz sammeln gehen, das ich definitiv noch brauchen werde. Ähm, oh, ich hatte eine Eisenachst, oh, ich Hirsch. Naja, gut, dann nehmen wir trotzdem zuerst die Steinaxt und verbraten die mal. Bevor wir dann die Steinaxt fährst. Oh ja, du hast du erst, ich weiß, ich würde dann Richtung Wasser laufen und dir was zu trinken geben und da dann Bäume abbauen gehen. Das ist doch ein guter Deal. Nebenbei ein paar Steinchen ab. Sammeln, jo. Was haben wir hier, Satmachtrank. Der bringt nicht so viel. Naja, essen reicht noch, essen reicht noch. Wir können erst mal trinken. Das ist wichtiger. In diesem Sinne, Prost. Nicht, dass wir hier den Elementen ausgesetzt irgendwann aus den Latschen kippen. So. Da hinten sind zwei Wiesen, die sind nach wie vor nicht die freundlichsten Zeitgenossen. Aber das macht nichts, solange wir nicht zu nah rangehen, sind die nicht so unfreundlich. Die fühlen sich nur bedroht, wenn man zu nah dran ist, dann heißt das, Beine in die Hand nehmen und schauen, dass man Land gewinnt. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann geht das klar eigentlich. Wie ist das hier eigentlich? Noch mal ganz kurz gucken. Einstellungen, Graphics. Doch, doch, doch. Passt schon. Hatte kurz gedacht, ich könnte bei den Wassereffekten noch was einstellen, aber da gab es nichts mehr, was ich optimieren könnte. Okay, dann habe ich eine neue Fertigkeit in der Gewinnung erhalten. Ich könnte jetzt noch neu rein gehen. Chance auf zusätzliche Rohstoffe beim Abbau von Stein, Salz und Erzen. Ich kann 5 Kilo mehr tragen, also in Summe 15 Kilo mehr tragen, was auch schon ziemlich nice ist. 10% weniger Ausdauer, Verbrauch, Gewinnungssachen und langsamerer Haltbarkeitsverlust bei den ganzen Geräten und Chance, Gegenstände zu finden. Ich gehe aber wieder auf die 5% mehr Erfahrung. Und würde dann erst im nächsten Schritt auf die zusätzlichen Traglast hier gehen. Meiner Meinung nach passt es so, weil mehr Gewicht habe ich über die Rucksack- und Gürteltasche schon gut abgedeckt. Damit kann ich eigentlich erstmal gut hantieren und leben. Das passt für mich soweit. Ups. Na, keine wilden Sachen machen hier. Es ist gerade gut, dass ich volles Leben habe und nicht vom Ast und Baum und sonst was erschlagen werde. Es muss so schnell auch nicht sein. Einen nehme ich auf jeden Fall noch mit. Der wird vom Gewicht noch passen. Und dann muss man langsam mal gucken, ob wir zu schwer beladen sind. Oder ob es noch ein bisschen aushält. Aber ich denke, das geht gut. Eins. Zwei. Drei. Und den vierten. Ja, da geht sogar noch einer mehr, würde ich sagen. Dann haben wir ein bisschen länger was davon. So, einmal. Den nehmen wir hier direkt aus dem, ja aus der Luft will ich nicht sagen, aber vom Stamm hier in Fortweg. Schauen, dass wir noch ein paar Steinchen hier einsammeln. Ja, den Stecken können wir auch noch mitnehmen. Freut sich unser Ressourcenlager. Und irgendjemand kann dann mal in der Werkstatt oder so sicherlich was halbwegs Sinnvolles daraus basteln, wenn es mal soweit ist. Ja, und Werkstatt ist auch so das Stichwort, wie wir so nach und nach auch mal gut zu haben. Weil mit der Werkstatt kann ich dann eben, das heißt ich habe ja eine Werkstatt, aber halt zu besetzen die Werkstatt, in die Produktion gehen, wenn meine rote B-Decker fertig ist. Das wäre dann schon was Gutes. Aber ich glaube, wie weit war ich denn hier? Aber ich war ja noch gar nicht so weit fertig. Weil ich die Sachen einstecken habe, oder wie ist das? Oh Mensch. Wo ist denn meine Hacke, Hacke, Hacke 2? Wieso sät ihr hier keine rote Bete? Der Dude eigentlich, kann mir das mal jemand verraten? Hat er ja mit dem Feld begonnen und eigentlich dachte ich, das geht voll fit. Aber irgendwie bin ich gerade ein bisschen überrascht, dass hier noch gar nicht so viele rote Bete-Samen ausgesät sind, wie ich hier dachte, dass das sein sollten. Was ist los Kumpel? Was ist los Kumpel? Ich brauche welche rote Bete? Habe ich keine. Wo ist die? Hier ist fleißig Rote Bete-Samen, hier ist fleißig Rote Bete angesät. Die Zeit wird knapp, wir müssen das irgendwie zu Ende kriegen. Rote Bete-Samen, nehme ich mal alle mit. Wenn der Dude das nicht macht, dann muss das eben ich selber machen und ich brauche nochmal eine neue Holzhacke. Ja, einen Stamm werde ich dafür opfern müssen, das geht nicht anders. Aber nachdem die Jahreszeit bald wechselt, wäre das sehr ungünstig, das nicht in der Jahreszeit noch fertig zu kriegen. Und daher gesehen, müssen wir jetzt hier ein bisschen ran klotzen, dass wir das auf jeden Fall noch besät und gedüngt und so weiter und so fort bekommen. So, wollen wir denn unsere Säckchen, 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 hier fällt, wir brauchen rote Bete-Samen. Und dann sehen wir hier nochmal durch, aber vielleicht hat er ja auch einfach kein Säckchen mehr. Ich müsste nochmal nachgucken, woran es ihm gerade gefehlt hat, dass er nicht weitermachen konnte. Aber auch nicht so schlimm, wir nützen die Punkte oder die Erfahrungspunkte, die wir damit gesammelt haben und verbessern uns einfach so ein bisschen. Das ist okay. Und ich glaube, er hat nicht genug Werkzeug. Wahrscheinlich hat er kein Säckchen gehabt oder irgendwas anderes hat ihm gefehlt, sodass er einfach auch gar nicht konnte. Kann ich mir so ein Säckchen herstellen? Nee, ich habe kein Leder dabei. Daran könnte es liegen. Naja, eins nach dem anderen. Denn ich baue ein bisschen weiter hier am Häuschen, damit mein Gewicht wieder reduziert wird und ich schneller laufen kann. Und dann hole ich noch ein Säckchen und dann wird das auch schon werden am Ende des Tages. Oh Gott, nee, jetzt habe ich hier eine falsche Wand gebaut. Zerstören. Bearbeiten. Mit Fenster, Steinwand. Aber das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut. Und einen Teil der Ressourcen habe ich hier zurückgekriegt. Den Punkt habe ich zum Glück schon mal mitgeskillt gehabt. Für den Falle, dass mir sowas mal passiert. Oder ich zukünftig mal irgendwas anders machen wollte. Aber dennoch. Hätte man vermeiden können. Bisschen dämlich, aber shit happens. So, hier fehlen nur noch Steine. Wie schaut es um Dach aus? Da fehlen die ganzen Bretter. Hier ist einmal ein Holzstamm. Den haben wir da. Da ist ein Holzstamm. Und da ist ein Holzstamm. Und da ist ein Holzstamm. So, Steine und Bretter. Das sind die Waren, die wir gerade benötigen. Dann lass mich hier mal bitte ran. Ich brauche mehrere Bretter. Naja, gut. So viele sind es gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Und eigentlich müsste es jetzt einen Schritt zur Seite gehen. Irgendwas ist da gerade noch nicht gut. Eigentlich dürfte da immer nur einer arbeiten können. Aber gut. Lassen wir mal so. Im Materiallager. Was finde ich? Da habe ich hier schon ein paar Bretter. Sehr, sehr cool. Weil ich brauche insgesamt 24 Stück für mein Dach. Ne, 24, 12, 24. Ne, ich brauche 48 Bretter. Das heißt, ich brauche doch alle Bretter, die ich habe. Und muss dann nochmal schauen. Habe ich hier noch Leder? Ja. Leder, ja. Ich nehme mir mal 10 Stück mit. Mach hier 10 Säckchen. Eins für mich selber. Und den Rest packe ich dann nämlich bei meiner Scheune, mit dieser Fehltüte rein. Dann hat mein Arbeiter auf jeden Fall genug wieder, um weiterzumachen. Ich schnappe mir eins dieser Säckchen. Oh, ich habe einen neuen Landwirtschaftspunkt, sehe ich gerade. Ich könnte mein Reitier rufen, wenn ich eins hätte. Weniger Ausdauerverlust bei den Tätigkeiten. Zusätzliches Getreidechance oder Haltbarkeitsverlust. Aber auch hier. Ich bin am Anfang einfach großer Fan von mehr Erfahrungspunkte mitnehmen. So, und wenn ich das mal habe, ruft mein Reitier. Ich habe noch keinen Reitier. Ich nehme auch hier erstmal die Mehrerfahrung mit. Das passt für mich am besten. Inventar. Ja, ich nehme mir ein Säckchen. Ja, ich nehme mir ein Säckchen. Tschuck. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste das Saatgut, das ich hier habe, ganz genau ausreichen. Ich habe vergessen, dass ich über die Essen vergessen habe. Ja, wieder. Ja, entspann dich. Du kriegst doch gleich was zu essen. Es ist alles in Ordnung. Ja, doch, es passt schon. So, hatten wir das erledigt, habe ich hier noch ein paar Steine in der Nähe. Da unten liegen noch drei. Ich werde noch ein paar brauchen, nämlich deswegen hier lieber mal einpacken. Hm, da ist noch einer. Und da lag noch einer, weil mein Hammer geht auch wieder gleich kaputt. Das ist so ein bisschen unangenehm, aber es ist, wie es ist. Von daher kann man nichts machen, außer das so annehmen, wie es ist. So, jetzt kannst du hier Werkzeuge haben. Du bekommst von mir einfache Säckchen, nur ein Stück, das eingebrochene und auch die Holzhacke, wenn die nicht komplett kaputt ist. Kriegst du auch noch, brauchst noch ein paar mehr, das weiß ich schon. Aber so übergangsweise. Und schon wieder neues Level in der Landwirtschaft, oder war das noch? Ne, das war noch von vorhin. Einfach verspätet, fertig geworden, diese Anzeige. Okay, dann hier ein Stein, da ein Stein. Und, ah, es wären genau passend vier gewesen. Dummdi-dum. Ein Holzstamm habe ich leider nicht mehr. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber it is how it is. Ja, du kriegst jetzt was zu essen. Entspann dich. Guck mal. Gebratenes Fleisch, sechsmal, tschak. Kriegst du hier zum Essen. Und bist damit wieder so richtig satt. Ah, zwar auch ein bisschen vergiftet, das war wohl nicht mehr ganz so frisch. Obwohl es eigentlich noch über 60% Haltbarkeit gehabt hat. Das ist ungewöhnlich, aber gut. Ich nehme das mal alles mit, die Bretter mit. Bauen wir dann hier wieder einen Holzhammer draus. Und kann damit dann schon viel schaffen. So, Kollege, gleich gibt's dein Zuhause. Es dauert nicht mehr weit, äh, dauert nicht mehr lang. So, kleines Haus. Da können wir hier eigene Name. Das ist dann Steinhausnummer. Nennen wir es mal drei. Stein. Upsala. Steinhausnummer drei. Tschak. Da wirst du mal drinnen sein. Feet, nur noch dein Dach. Ja, aber mir fehlen zwölf Bretter. Ich glaube, für eine Schindelseite reicht mir meine Bretter, die ich dabei habe. Ich glaube nicht, wenn ich es mal grob überschlagen habe, ich habe jetzt noch genau zwölf. Das reicht noch für eine Flanke oder eine Seite. Da ist zwölf Bretter, brauche ich nochmal. Gut, zwei Stämme meine ich, habe ich noch einstecken. Und die letzten muss ich mir erst bauen. Bretter. Habe ich insgesamt sechs Stück, das heißt einen Baum, wenn ich noch habe. Semse. Umhau. Warum ist ja denn die Axt hier? Das ist wieder ganz wild sortiert, weil ich unterwegs gewesen bin. Und dann meine ganze Sortierung immer sehr, sehr durcheinander ist, wenn ich mich eher darauf vorbereite, in kämpferische Handlungen verwickelt werden zu können. Naja, das ist nur jetzt so der Nachteil, wenn man im näheren Umfeld erstmal die Sachen alle abreißen muss. Dass die Wege länger werden, bis man Holz findet. Aber es kann auch sein, dass der NPC ranläuft und hier weiter im erlaufbaren Bereich die Bäume wegmacht. Das ist durchaus im Rahmen dessen, was möglich ist. Ja, wenn es blöd läuft, reicht mir jetzt leider auch meine Steinachs hier nicht mehr für den einen Baum. Könnte sich knapp nicht ausgehen. Aber ich habe den Eisenachs noch einstecken, fällt mir gerade ein. Bevor ich die wieder nicht benutze. Ja, da ist sie auch kaputt. Und jetzt müsste ich hier eine Eisenachs haben. Irgendwo. Eisenachs hier. Die habe ich gefunden. Die macht nicht nur mehr Schaden, die hält auch länger. Dann kann man hier guten Gewissens auch noch den zweiten Ahorn umsensen. Aber wie schnell das jetzt geht im Vergleich. Voll krass. Einfach Bäm, Bäm, drei Schläge oder so. Fertig ist der Lack. Nur schade, dass es deswegen trotzdem nicht mehr Holz rausgibt. Also das wäre auch nur so ein kleines Feature, was cool wäre. Aber ein bisschen anberenzt. Aber man könnte schon sagen, dass mit einer besseren Axt oder mit einem besseren Werkzeug allgemein die Ausbeute größer sein könnte. Aber ist es jetzt nicht. So, noch mal ein Stein. Reitwegericht zum Heilen. Noch mal ein Stein. Und dann noch mal zurück ins Dörflein. Und dann wächst und gedeiht das doch schon ganz gut. Gefällt mir hier schon. Das gefällt mir schon. Es nimmt schon Gestalt an. Und außer diese Rohbaussachen, wenn es noch nicht alles so richtig perfekt ist, finde ich es schon auch gut. Nun, fein. Okay. Basteln wir dir noch Bretter für dein Haus zusammen. Ich habe wie viel schon einstecken? Ich habe sechs Bretter. Das heißt, aus drei Stämmen muss ich noch mal Bretter machen. Ah, mehr herstellen. Drei Stück. Bestätigen. Okay, damit haben wir zwölf Bretter. Und machen das letzte Element vom Häuschen zu Ende. Und dann kann der hier einziehen und sich freuen. Wo habe ich denn hier was vergessen? Irgendwo habe ich einen Hammerschlag übersehen. Ah ja, hier. Damit ist er fertig. Okay, dann kann ich dich jetzt hier reinsetzen. Auszuweisen. Steinhaus Nummer drei. Jawohl. Und damit bist du fertig. So, einen Arbeitsplatz brauchst du noch. Also, dich könnten wir... Ja, in die Werkstatt schicken. Wieso hast du keinen Job? Bist du schon schwanger, Mama? Nee, ne, eigentlich nicht. Dann mache ich dich mal zur Wasserträgerin. Dann hast du nämlich irgendwie auch was zu tun. Ja, dann hast du auch was zu tun. Malowoochi. Kann ich theoretisch mich mit der eigentlich anfreunden? Das hatte ich noch gar nicht ausprobiert. Was ist mit den Damen aus unserem Dorf, die wir hier schon eingeladen haben und die tendenziell woanders wohnen? Kann man die auch noch umwerben oder ist es dann für immer vorbei? Was passt denn eigentlich? Ach nee, er ist glaube ich einfach nur schlecht gelaunt, weil er zu lange keine Arbeit hatte. So, dann. Hier braucht es noch eine Aufgabe. Ähm, und Werkzeug. Wir bräuchten, glaube ich... Warte, warte, warte. Wo ist mein Kochbisch? Quatsch, ist aus. Der war schon super. Der markiert es. Ähm, hier. Kessel. Suppen. Wenn ich rote Beete Suppe machen möchte. Ja. Brauche ich erstmal das Rezept. Das kaufe ich mir jetzt mal. So. Und Holzschale für eins. Also eine Holzschale. Das heißt, ich brauche das Holzschalen-Rezept. Das heißt... Warte mal. Bist du, wo ja die Romantik. Hier haben wir es doch. Bist mir aufgefallen. Darf ich dich etwas fragen? Was hat dich hierher verschlagen? Das Schicksal natürlich buchstäblich. Das war ein Spitzname von einem Riesen, der ich etwas Geld schuldete. Sehr groß, aber nicht gerade scharf aufs Vergeben. Sein Kind hatte allerdings ein wirklich Minus-Sängerisches Talent. Hast du eine Lieblingsfarbe? Meine ist braun. Hm, orange passt zu mir. Aber ich denke, ich bin wie eine Flamme. Heiß und ich liebe es im Wind zu tanzen. Oha. Darf ich dich noch was fragen? Nein? Okay. Dann erst mal nicht. So. Was hatte ich gesagt? Holzschale brauchen wir. Holzschale. Kann ich das Rezept dafür kaufen? Ja, kann ich. Bei Technologie. Werkstatt. Holzschale. Okay, kauft. Das ist zwar ein bisschen lästig, dass man das so, ja, kaufen muss, aber es ist so. Kannst ja nichts machen. Das hat nur einen ästhetischen Wert. Das werde ich irgendwann mal brauchen. Tierfutter zum selber herstellen. Das braucht aber noch ein bisschen. Oh, wie viel Geld habe ich denn eigentlich noch? Ich habe 700. 700. Ja, ich kaufe mir schon den. Ist das tatsächlich ein Plumpsklo? Das wäre witzig. Na gut. Also, so weit, so gut. Weil dann haben wir hier, werden Holzschalen hergestellt. Was brauchen die noch mal? Jetzt muss ich noch mal in die Produktionskette reingucken. Wenn du Holzschale machst, dafür brauchst du Holzstämme. Müssen wir natürlich auf 100% hochpacken, sonst ist das schlecht. Ein paar Eimer könnte man auch noch herstellen. Das wäre auch noch was, was man so perspektivisch mal braucht. Aber da brauchen wir das Rezept noch mal dafür und so eine bessere Fackel auch. Okay, aber Holzstämme brauche ich hierfür. Net means. Wenn ich hier noch mal im Holzschuppen in die Produktionskette gehe. Bisschen Brennholz, bissl Brett, aber hauptsächlich Holzstämme. Das passt dann schon so. So, der Brunnen hat eine Produktion nicht eingestellt. Wir können hier eigentlich nur Eimer mit Trinkwasser machen. Bei Trinkwasserschläuche habe ich nicht. Aber angenommen, ich hätte die. Kann man ja 90 zu 10 machen, aber ich habe hier kein Material dazu. Aber falls ich mal welche habe, kann ich die da reinpacken. Dann haben die auch was zu tun. Alright. Das war's auch schon mit dieser Folge Medieval Dynasty Oxbow. Lasst mir doch eine Bewertung des Videos da und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.